dritter weltkrieg fragezeichen freundlich na gut wenn es denn unbedingt sein muss da auch nie hallo guten morgen freunde ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem kanal grüß gott allesamt miteinander ich möchte meine letzten beiden oder meine letzten drei videos noch ein bisschen kommentieren damit dieser ruf den ich der aussender an euch ein bisschen eindringlicher wird ja dankeschön herr gast also bisher ist jedes video gewesen der dritte weltkrieg bricht aus deutschland wird es nicht schaffen darf ich dich privat was fragen dankeschön joranan für 14 monate ist das der nächtliche gewaltmarsch tut das ist der nächtliche gewaltmarsch tut ach so nee da ich bin haakon ha 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 also die die letzte eindringliche botschaft von thomas gast war man soll die afd wählen von daher mal gucken was jetzt noch kommt wir schweben auf einen dritten weltkrieg zu und das scheint vielen leuten nicht bewusst zu werden in europa ja ich habe gesagt dass russland und das kann man auch gerne nach google dass russland die modernste und stärkste atommacht der welt ist im augenblick russland hat durchaus sehr sehr viele atomwaffen fähige interkontinental raketen ja so dass die usa so trägersysteme für atomwaffen das fängt an bei der sarmat das hört bei der kinder nicht auf und geht weiter bei der iskander und es ist ganz klar wenn die nato die sicherheitsinteressen der russen verletzt dann wird russland diese atomwaffen auch einsetzen ein ok 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 jetzt müssen wir vielleicht mal kurz aufrollen mehr gast wer jetzt genau in der ukraine eingefallen ist war es für eventuell russland in einem nicht nato land also soll es russland verteidigt sich nicht russland ist in einem aktiven angriffskrieg ich weiß vielleicht hat wladimir putin das video von diesem hitler leibwächter gesehen hat sich gedacht ja was denn da haben in der ukraine unsere zwiebeln doch immer ordentlich bezahlt aber tatsächlich ist der angriffsfall gerade von jemand anders aus tut mir ja leid dass jetzt die amerikaner ausnahmsweise mal so weit zu weit zu neiden setzen müssen jetzt kann im westen oder bei uns selbst russland hat auch schon gedroht atomwaffen einzusetzen und zwar in den von ihren besetzten oblasten die angeblich jetzt zur russischen föderation gehören und es hieß sobald die ukraine diese und diese oblast angreift werden sie nukleare vergelten und das haben sie ja auch nicht gemacht der nato vielleicht die meinung vorherrschen ja ja die holen wir schon runter die holen wir schon runter vom himmel diese iskander und sarmat und kinschal und wie sie alle heißen aber nein ich glaube da täuschen wir uns gewaltig um jetzt diese rakete vom himmel zu holen ja also das gute ist wenn die atomraketen wirklich fliegen würden würden wir es gar nicht mehr mitkriegen weil sobald russland anfängt sein arsenal zu verballern wird die komplette nato anfangen ist zu verschießen was bedeutet wie wir kriegen es gar nicht mit bis wir einfach zu einem großen haufen staub zerbröseln von daher das ist ja immer dass das 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 schreckens gleichgewicht der atomwaffen gewesen dass man immer wusste sobald einer seine waffen einsetzt werden alle anderen das auch tun und dann war es das einfach für den kompletten planeten abzuschießen aufzuklären und abzuschießen moment mal heißt das jeder von uns sollte vielleicht eine knarre haben weil wenn alle eine knarre haben dann sind wir sicher weil niemand eine knarre zieht weil er weiß dass der andere eine knarre hat wir brauchen eine reform des waffenrechts bevor sie irgendwo einschlagen da gibt es ja die so genannten frühwaren satelliten ja die arbeiten glaube mit einer infrarot frequenz da muss ich noch mal nachschauen ihr werdet mich sicherlich berichtigen wenn ich da ein case erzähle auf jeden fall sind das frühwaren satelliten und darauf beruft sich ein bisschen die nato naja wir sind schon geschützt aber das wissen die russen auch und was werden sie machen bevor sie ihre sarmat iskander und kindstahl hoch schicken über die atmosphäre in unsere richtung naja die werden alle versuchen diese frühwaren satelliten zu neutralisieren um jetzt die russischen raketen abzufangen nein damit hat er damit hat der militärische abschirmdienst garantiert nicht gerechnet dass im falle eines angriffs erstmal die verteidigung angegriffen wird das kann ich mir nicht vorstellen das haben die diese ganzen militärexperten nicht auf dem schirm herr gast gott sei dank sind sie da rufen sich die amerikaner im wesentlichen auf das national missile defense system das ist in den usa stationiert und das soll vor allem ja es ist strategisch das soll alle raketen die im anflug auf die usa sind vom himmel holen und zerstören bevor sie irgendwo einschlagen ja dann haben wir noch die ägis ägis ist auch ein amerikanisches system das ist in polen und rumänien stationiert und natürlich die patriot lasst uns einfach mal die behauptung aufstehen dass es diesen raketen abwehrschirm gelingt von 100 russischen raketen 65 abzuschießen dann wären aber immer noch 35 durch und für europa reicht das dann haben wir ein atomarisches inferno ja 35 atomraketen die in europa einschlagen das reicht mehr brauchen wir nicht und jetzt ist die frage wollen wir das wirklich können wir das wollen ja ich denke nicht eigentlich müsste die ganze bevölkerung auf die straße gehen und sagen stopp keine krieg bei uns in europa es reicht genau warum demonstriert eigentlich niemand von euch gegen den krieg sag mal ihr 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 genau halt stopp jetzt reicht so ihr geht jetzt mal schön alle raus auf die straße mit so einem mit so einem lustigen schild wo draufsteht ich bin so wütend ich habe sogar ein schild dabei und dann würde sich der putin aber auch denken holla die waldfee hurra die gams was kostet die welt den krieg sagen wir mal lieber ab ich wusste ja gar nicht dass die leute den gar nicht haben wollen hatten schon zwei und dann müssen wir ja auch noch hinzufügen dass die ukraine ja die erfahrung gemacht hat dass zum beispiel die patriot nicht hundertprozentig perfekt ist die hat ihre fehler die mussten das heißt mit ihnen könnte eingestellt werden mach mir keine hoffnung dann ganz einfach feststellen dass es einigen kind scheiß doch gelungen ist in kiew die targets die ziele die angesprochenen ziele zu zerstören trotz patriot das heißt alle systeme haben eine fehlerquote und kein system ist perfekt und für deutschland würden fünf reichen ja berlin hamburg büchel ramstein und kaiserslautern krefeld hätte ich jetzt genommen ja ok gut dann bleibt dann halt kaiserslautern mal wenn es sein muss na kann auch weg aus die mausende gelände reine waprü finila comedy wollen wir das will ich glaube nicht dann habe ich ja gestern noch argumentiert etwas aktuelle kriegsgehabe der nato irgendwas mit den us-präsidentschaftswahlen zu tun habe ja und man hat mich gefragt thomas warum es ist einfach im november wird trump us-präsident ganz klar und donald trump war der einzige präsident der ich glaube seit 70 jahren keinen krieg begonnen hat naja aber hat auch also er hat jetzt vielleicht keinen krieg begonnen aber er hatte auch einfach ein paar heiße konflikte hat er nicht einfach im iran irgendein general in der drohne ermorden lassen zum beispiel was fast zu einem krieg geführt hätte mit dem iran also donald trump war da jetzt nicht 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 unschuldig hat vielleicht ein paar kriege übernommen und keinen neuen gestartet aber so richtig so auf peace und love war jetzt auch nicht das heißt donald trump wird sein land nicht in einen krieg mit den russen für ganz im gegenteil ja gut da kann ich sogar gegen kontern das stimmt nicht also halt stopp donald trump hat gesagt er würde wenn er wieder präsident wird würde er putin zwingen zu verhandeln im krieg und wenn er das ist der thomas gast der vergangenheit der gegenwart und der künftigen weihnacht ja heikos dankeschön für acht monate donald trump hat gesagt er würde putin zwingen zu verhandeln und wenn er nicht verhandelt hat er gesagt wird er die ukraine mit waffen beliefern bis 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 zum mond gefühlt hat gesagt er wird die ukraine so massiv mit waffen beliefern wenn putin nicht verhandeln will dass das hätten die noch nicht erlebt gut ist natürlich auch wieder donald trump geschwätzt und demzufolge nicht wirklich für voll zu nehmen aber er ist da schon er hat sich da schon gegenteilig geäußert zu dem wird die deeskalation suchen es gibt im augenblick aber mächte die mit aller gewalt ein krieg mit den russen suchen auf europäischen boden okay wer denn und diese mächte wissen ganz genau wenn trump präsident wird dann wird es keinen krieg geben also es ist ein zeitfaktor es muss schnell gehen ein krieg muss jetzt her das ist total bekloppt das macht angst und das wer wer soll denn das sein welche mächte auf europäischen boden wollen jetzt ein krieg mit russland außer die npd die grünen ach die grünen ja natürlich heraus ja drauf kommen herbeck was ein scheiß der labert es gab noch etliche andere vorfälle gut dass die beiden alerte über übereinander gelaufen sind na dankeschön wahrscheinlich ist er bald auch großer freund von kim jong-un oder sowas und sagt nordkorea hat nichts wronges gemerkt schlimmer an der sache ist dass fast alle staatsmänner alle europäischen staatsmänner den gleichen übrigens auch johann an den oranschlagen ja wir suchen jetzt einen krieg mit russland wir wollen kriegstüchtig werden wir müssen uns vorbereiten weil der russ uns angreift wir müssen uns verteidigen wir müssen unsere truppen an die nato flanke verlegen und so weiter und so fort also das ist das ist sehr schlimm was da abgeht der russische präsident der hatte schon eine eindeutige warnung ausgesprochen und er hat schon gesagt bis hierher und nicht weiter man muss ja also dass das dass die das westeuropäische militär jetzt wieder hoch skaliert liegt ja daran dass russland einen angriffskrieg auf die ukraine gestartet hat und auch andere länder im visier hat die sind die sind jetzt bloß noch nicht zum beispiel in litauen oder sowas einmarschiert weil sie sich in der ukraine gerade die zähne ausbeißen die der vorschlag der plan war ja dass die ukraine binnen weniger woche eingenommen ist wieder russisches staatsgebiet wird und man sich der ukrainischen armee bemächtigt um weiter nach westen vorzudrängen das hat ja gott sei dank nicht funktioniert also der krieg ist ein bisschen aus anderer sicht muss den putin nicht mögen aber er ist immer noch ein russischer präsident der ich sag mal ganz vorsichtig doch ein bisschen moderat agiert nein das ist absolut falsch das ist die größte lüge des bisher jahres 2024 also russland hat diverse kriege gestartet in tschetschenien zb in georgien im eigenen land gegen die eigene bevölkerung es werden menschen eingesperrt wenn sie gegen das system protestieren es werden menschen in irgendwelche arbeitslager gesteckt wenn sie der opposition angehören es werden sogar menschen vergiftet wenn sie öffentlich gegen putin aufstehen und so weiter und so fort da ist nichts moderat dass dein dein flugzeug explodiert zufälligerweise da sitzen im kreml hardliner also an der seite von putin die nicht so moderat drauf sind und die hätten schon längst auf diese aggression der nato geantwortet jetzt bereits und jetzt frage ich noch mal als alter militär meine frage geht an alle militärs da drauf wir kennen auch die 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 sanfte die sanfte invasion von bachmut durch das russische militär ja herr general wir werden da vorne übelst zusammengeschossen die ukrainer zerfetzen uns wir können vor lauter leichen der eigenen leute nichts mehr sehen ja sehr gut dann der ukrainer kann euch bald auch nicht mehr sehen aber wir saufen hier im blut unserer eigenen gefallenen ja sehr gut bald werden auch ukrainer trinken im blut unserer gefallenen einfach weitermachen einfach immer weiter draußen in der nato ja an die verantwortlichen an die generäle an nato starb seid ihr alle verrückt geworden was macht ihr da ihr spielt mit dem feuer das ist crazy aber ihr vergesst eins ihr spielt kanalwette kann aufgelöst werden thomas gast hat crazy gesagt er hat crazy gesagt herzlichen glückwunsch an alle die gewonnen haben mit unserem leben und wir sollten da alle aufstehen und sagen nein hört auf mit dem scheiß wir wollen das nicht wir brauchen das nicht krieg ist scheiße jetzt komme ich noch mal auf das tolle raketenabwehrsystem zu sprechen das wir in der nato haben ich lese euch mal einen text vor und der stammt von deutschland.de da kriegt ihr auch das gruseln wie ich es gestern gesagt habe ja die sind nämlich durchaus anfällig für fehler denn bei der atomraketenabwehr kann einiges schief gehen allein schon bei start und steuerung eines abwehrflugkörpers ja hier steht er startet nicht er fliegt in die falsche richtung sagt götz neueneck wer götz neueneck ist das weiß ich nicht das könnte vielleicht mal hier nachlesen das steuersignal und selbstverständlich hat er halt diese klapphülle fürs handy ne geht verloren das steuersignal geht verloren hammers doch schon ja es gibt einen rechenfehler all diese dinge sind möglich und raketenschirme lassen sich durch täuschmanöver austricksen so kann die angreifende rakete zusätzlich zu den sprengköpfen auch dutzende von attrappen mit sich führen und die wir könnten vielleicht die russen fragen ob sie die drohnenabwehr uns ausleihen da gibt es nämlich ganz ganz geile geschichten dass man auf auf flugzeuge hat man alte also haben die russen alte autoreifen draufgelegt damit wenn die drohnen da einschlagen damit die nicht die flugzeuge kaputt machen die dachten dass die drohnen wenn die da einschlagen wie quasi wie so ein trampolin so doll so abbauen und dann irgendwo neben dran explodieren das fand ich ziemlich schlau und dann haben die über den straßen haben die auch stellenweise wieso volleyball netze gespannt damit die drohnen nicht angreifen können also vielleicht könnte mir die einfach mal fragen vielleicht könnte mir die einfach mal fragen ob wir das ausleihen können das system das ist sehr präzise wie meine mutter sagen würde die hülle schon praktisch da ist das handy gut geschützt technische geräte können fehler haben das gibt es wohl nur bei der nato ja ja der westen ja lol werden dann gleichzeitig mit den sprengköpfen freigesetzt dann kommt da vielleicht eine wolke von 50 objekten an die man auf dem radar nicht unbedingt voneinander unterscheiden kann das habe ich doch gerade gesagt und das sollten sich die russen mal ihre abwehrsysteme bei was anderem abgucken als in irgendwelchen warner bruder film ja ich stelle mir so vor wie einfach so eine bombe neben irgendjemanden explodiert und das einzige was passiert ist dass derjenige komplett verkohlt ist und dass sich der schnabel auf der rückseite von seinem kopf befindet und dann nimmt er einfach seine hände und schiebt den schnabel wieder so nach vorne bevor er dann irgendwie zu staub zerbröselt und sich selbst wegkehrt das problem das heißt all diese raketen abwehrsysteme haben fehler sie sind nicht perfekt und eine kommt immer durch selbst wenn man zehn abfangraketen starten würde müsste man die mehr oder weniger zufällig zufällig auf zehn dieser 50 anfliegende objekte lenken und von denen ist dann vielleicht gerade nicht der echte sprengkopf dabei leute und dann steht hier noch ganz groß dieses attrappenproblem ist ein sehr großes und jetzt noch mal meine frage an die nato generäle und die verantwortlichen da draußen in der politik ihr meint mal jetzt aber auch ich noch mal hallo hier hakon 36 aus ostfriesland jetzt haben sie ja gerade benannt dass es da probleme gibt aufgrund der vielzahl von raketen gleichzeitig wurde aber das aufrüsten des militärs kritisiert wo ja unter anderem dann wahrscheinlich auch eine abwehr marschkörper abwehr luftabwehr integriert wäre vielleicht wäre mit einem erhöhten rüstungsgrad auch die abwehr gegen eben jene genannte raketen verbessert die dann man weiß es nicht na warum diese eskalation warum diese provokation warum jetzt warum überhaupt und ja es ist provokant und ja es ist eine eskalation ganz klar und eindeutig ich möchte noch mal mit klaren worten zusammenfassen was ich denke danke klare worte sind in dieser zeit auch wirklich sehr wichtig das ist vielleicht gar nicht so verkehrt was ich über die ganze situation denke ich denke es gibt für europa keine bedrohung es gibt für die nato keine bedrohung ich könnte mir auch durch okay gut bin ich schon mal anderer meinung ja vorstellen dass hinter dem ganzen nato säbelrasseln die rüstungsindustrie steckt und ich sehe im augenblick in europa kaum einen politiker der sich für deeskalation und zufrieden einsetzt doch sogar so ziemlich alle niemand möchte dass dieser krieg lange andauert weil es das land weil es europa komplett destabilisiert die leute wollen bloß nicht dass das russland einfach sich die gebiete krallt sondern man möchte dass russland die ukrainisch besetzten gebiete verlässt und es gibt ja auch verhandlungen aber die sind nicht 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 zielführend weil russland sagt die geben diese gebiete nicht ab und selbst wenn es jetzt ein waffenstillstand geben würde dann würde russland in fünf sechs sieben jahren einfach noch mal angreifen und zwar von den besetzten gebieten aus und das ist eigentlich das was ein politiker machen müsste wir haben politiker nicht gewählt weil wir krieg wollen wir haben politiker gewählt weil wir ihnen vertrauen weil wir in frieden und sicherheit leben wollen und weil wir einfach nur glücklich sein wollen ein happy life haben eine gute situation wir wollen unsere kinder sehen und deshalb bin ich auch zu fremden legionen gegangen weil ich auch einfach ein happy life haben möchte und eine gute situation wie sie aufwachsen wie sie in die schulen gehen wie sie karriere machen diese erfolg haben im leben und wir wollen unsere kinder nicht sehen mit dem helm auf der nuss waffe in der hand an der ostfront gegen ivan kämpfen nein das wollen wir nicht wir wollen alle frieden krieg ist scheiße an der ostfront gegen ivan kämpfen hätte jetzt mein opa vielleicht gesagt aber der war halt auch bei der wehrmacht überraschung ich möchte übrigens auch nicht dass wenn ich kinder hätte dass sie in krieg ziehen müssen das gibt es ja gar nicht ich glaube auch die ukrainer finden das gar nicht gut dass ihre kinder gerade in diesem krieg verheizt werden aber wer hat den denn angefangen die nato und ich weiß nicht was in den köpfen der verantwortlichen politiker in europa vor sich geht aber eins ist für mich sicher diese herren haben ein bisschen zu viel rammstein getankt ja liebe leute mit dieser message verabschiede ich mich von euch ich weiß noch mal auf mein buch hin urban survival dass vielleicht den einen dankeschön urban survival überleben in der u-bahn von und mit thomas gast komplett großartig wie kann ich in der u9 einen kompletten döner essen das wird spannend der anderen tipp für euch bereithält wie man sich eben in krisensituationen auch in kriegssituationen verhalten könnte ich wünsche euch allen gesundheit ich wünsche uns allen sicherheit ich wünsche euch allen was ihr euch auch wünscht krieg ist scheiße amitier lesionär das ist es absoluter fiebertraum ein absoluter fiebertraum thomas gast sollte vielleicht auch einfach mal duschen gehen und ein kühles glas wasser trinken das ist ja furchtbar so viele so viele fieber thermometer kannst du ja gar nicht austrinken soll das auf youtube das kommt auf youtube youtube ihr habt gerade gehört ich habe gerade beschlossen dass dieses video auf youtube kommt und ihr denkt euch so her aber ich habe es doch schon gesehen ich sage ja ihr lebt aber auch in der vergangenheit weil hier spricht gegenwart harkon der jetzt schon wieder auf dem weg in die zukunft ist wenn ihr auch teil davon sein wollt kommt auf twitch wird und tv ist der scharkon dann könnt ihr auch mit mir gemeinsam in die mehr gangen schmeid reisen tschüss für die jüngste wein ist so wie das blut der erde kommt schenk dir rein und wenn ich dann saug ich werde liegt es dann dass ich ihm nach freine vorderung